Sommer, Sonne, am Strand chillen und jede Menge Party. Mallorca ist und bleibt das Urlaubsziel für sonnen- und feierbütige Deutsche. Weil man hier sehr gut und sehr gemütlich saufen kann. Und nun kommen die US-Boys, um Deutschlands 17. des Bundesland zu erkunden. Connor Sullivan und Silas Nakita entdecken die deutscheste aller Mittelmeerinseln. Doch wie werden sie auf das deutsche Partyzentrum reagieren? Sie sind crazy, sportlich, American. Hola, wir sind zwei Amerikaner. Auf Mallorca. Los geht's. Das ist Enjoy Your Life in Fall Trains. Zwei US-Boys auf Mallorca. Los geht's am Flughafen. I passed the gate. Rein ins Auto, wo Connor schon wartet. Hey, we're back. Look who I'm with. It's Connor. Connor Sullivan. We actually just got to our Finca. That's what they call it. It's called the Rainbow Finca. Die Jungs und das vierköpfige Kamerateam haben eine Finca. Im Örtchen Establiments im West-Mallorcas gebucht. Der erste Eindruck ist aber erstmal nicht so berauschend. Hier in Establiments ist noch nichts vom Ballermann oder idyllischen Badestränden zu erahnen. Aber die Boys werden auch noch sehen. Aber von der Partyseite unseres sogenannten 17. Bundeslandes haben die zwei ja bestimmt schon mal gehört. Was erwarten sie denn? Ich schätze, es ist wie Oktoberfest auf einer Insel. Oder wie der Kölner Karneval auf einer Insel. Oder wie St. Pauli auf einer Insel. Ich hoffe nicht. Bitte nicht. Bei ihrem Trip durch den Norden hat es alles so seine Schwierigkeiten mit der sündigen Seite Hamburgs. Ich will meine Augen sauber. Ja, he's a married man. Mal sehen, ob's ihnen hier besser gefällt. Hereinspaziert in die Luxus Finca. Ich habe die Melona getragen. Ohohoho! Let's go! Johnny Depp, Depp, Johnny Johnny Depp, Depp! Dude! Ich fühle mich wie Pablo Escobar in seinem Finca. Diese Unterkunft hätte dem berühmten Drogenbaron sicher auch gefallen. Auf einer Fläche von 800 Quadratmetern samt großem Außenbereich. Ich bin sprachlos. Ich weiß nicht, was du machst. Was ist dieses Ort? Seriously! Cooler Lounge, einer voll ausgestatteten Bar. Und zur großen Freude der Jungs an Jim. Ich bin reich. Was heißt ich bin reich? Ich bin rich. Ja, die reichen haben wirklich alles. Fresh gas. Fresh gas. Das ist, was ich jetzt brauche. Wenn das in Amerika wäre... Oh mein Gott. Das erste, was du denkst, ist Fartung. Äh, ja. Außerdem gibt es noch 12 Schlafzimmer für sie und unser Team voller Luxus. Die zwei scheinen die Villa von Beginn an zu mögen. Ein perfektes Ort, um eine Sommervacation in San Gria zu haben. Mit deinen Freunden und Freunden. Freunde. Alles die Leute. Mal sehen, ob die beiden US-Amerikaner da Recht haben werden. Mallorca, baby! Mallorca, baby! Aber die Jungs wollen natürlich mehr sehen als nur den heimischen Pool. Auf geht's in die nur 20 Autominuten entfernt der Hauptstadt Mallorcas Palma. Und die ca. 400.000 Einwohner Stadt imponiert den Jungs direkt. Ich fühle mich wie in Barcelona. Und da waren wir beide schon mal. Und hier ist's ja halt typisch spanisch. Es ist wie ein kleines Barcelona auf einer Insel. Aber auch an Deutschland erinnert die Jungs die Altstadt von Palma. Das fühlt sich wie Deutschland an, nur mit spanischem Flair. Ich meine, exakt diese Straße habe ich schon mal in Marburg gesehen, in der Oberstadt. Nur die Steine sehen anders aus und es ist natürlich sauberer. Okay, Barcelona, Marburg, vielleicht noch eine Stadt? Salis meinte gerade, diese Balkone erinnern an Paris und die haben diese alten gotischen Kirchtürme da oben. Die sehen aus wie der Kölner Dom. Ach, Palma hat auch noch was von Köln. Als Amerikaner, der reist, fallen einem die verschiedenen Stile auf, welche die Europäer voneinander übernehmen. Die Kulturen inspirieren sich gegenseitig bei ihren Gebäuden. Das architektonische Highlight bleibt aber die im 13. Jahrhundert erbaute Kathedrale. La Seule. Das ist wie der Köln-Kathedrale. Warte einen Moment, das ist süß. Das ist eigentlich eine Kombination von Köln-Kathedrals. Und Notre Dame. Mit Notre Dame in Paris. Ja. Daaaang, Bro. Der 27-jährige Connor und der 25 Jahre alte Silas scheinen im Urlaub angekommen. Sie beginnen zu verstehen, was die deutschen Urlauber immer wieder hierher lockt. Zurück in der Finca wird am ersten Abend zusammen mit dem Kamerateam gefeiert. Feuer-Oven. Die US-Boys genießen den Luxus eines eigenen Gyms, der vollen Kühlschränke und die anderen Annehmlichkeiten. Literally the pee-pee room. Nach dem ein oder anderen Bier dann auch selbstverständlich den Pool. A naked guy. Wir machen die Kameras besser aus und treffen die Jungs am nächsten Tag wieder. Die zwei haben Bock auf Action und die kriegen sie bei der künstlichen Surfwelle in Magaluf für 35 Euro die Stunde. Die Vorfreude ist groß und dann geht's aufs Board. Allerdings im Anfängermodus. Wir machen nur die allereinfachsten Manöver. Am einfachsten ist es auf dem Bauch, dann Knie und dann aufstehen. Und aufstehen wollen wir natürlich sehen. Ja, netter Versuch. Das ist die vermutlich coolste Erfindung aller Zeiten. Na, noch cooler wäre es, wenn ihr es stehen schafft. Na also, geht doch. Da darf man dann auch nochmal fallen. Das kann auch Silas. Oder auch nicht. Ich würde schon sagen, dass es schwer ist, wenn man keine Erfahrung zum Beispiel auf einem Skateboard hat. Es braucht etwas mit dem Gleichgewicht. Aber das Wichtigste ist, keine Angst zu haben. Ich sag 6 von 10 auf der Schwierigkeitsskala. Am Ende aber sind die Jungs stärker als die Welle. So gut aufgewärmt sind Conor und Salas bereit für noch mehr Wasser-Action. Es geht zum Coasteering. Im Nordwesten der Insel, nahe Alcudia, können sie dabei auch gleich die wunderschöne Natur erleben. Wir werden von diesen krassen Felsen ins Meer springen. Hoffentlich haben wir jemanden, der auf uns aufpasst. Wir machen, was wir damals in den Alpen gemacht haben, aber dieses Mal am Strand. Als wir in Bayern waren, haben wir Canyoning gemacht, sind von Klippen in die Schlucht gesprungen. Jetzt machen wir was ähnliches, aber auf der Insel. Und angeleitet werden sie dabei von Toni, ihrem Guide. Wir werden einige Flips machen, einige Cliffjamping, einige Klammungen. Sind Sie Angst? Nein, ich bin gut. Dann nichts wie rein in die Wetsuits, obwohl... Schade eigentlich, doch Sicherheit geht natürlich vor. Oder Jungs? Das wäre wünschenswert. Der Einstieg ist dann auch noch harmlos. Aus einem Meter geht's das erste Mal in das kühle Nass. Obwohl, so kalt ist das Mittelmeer ja nicht. Das erste, was mir auffiel beim Eintauchen war, dass das Wasser viel wärmer ist als in Kalifornien. Die Leute haben den Irrglauben, dass das kalifornische Meer sehr warm ist. Aber das stimmt nicht. Das ist nicht der Fall. Kalifornische Wasser ist kalt. Man denkt an Hollywood und die Strände, Leute in Badeklamotten, das stimmt so weit. Am Strand wird sich gebräunt, aber im Wasser ist es kalt. Da kannst du nur 10 Minuten ohne zu zittern aushalten. In den Sommermonaten hat das Mittelmeer rund um die Balearen eine Temperatur von knapp 27 Grad. An der Küste vor Los Angeles sind frische 20 Grad das höchste der Gefühle. Auch die Sprünge werden bei dieser Coasteering-Tour für 80 Euro pro Person immer höher. Aber Angst kennen die US-Boys nicht, also einer von beiden. Das ist bei ca. 6 Metern Absprunghöhe ja auch echt nachvollziehbar. Doch für ihren Mut werden die zwei mit einer unglaublich schönen kleinen Höhle belohnt. Und Silas denkt dabei irgendwie an Piraten. Yo-ho, yo-ho, a pirate's life for me. Oh, that's sick. Yo-ho, yo-ho, a pirate's life for me. Ein gelungener Ausflug für die zwei Seeräuber aus den USA. Ja. Und sehen Sie morgen bei Tuff. Die US-Boys haben eine Audienz beim König von Mallorca. He looks like Mick Jagger from the Rolling Stones. Mick Jagger, bro. Und beweisen, dass in ihnen echte Superhelden stecken. Morgen bei Tuff. Chiraf. Ja. Komm jetzt auf alle fünf. Ich habe eine gute Frage. Ich hab mich noch nicht über die Einmalen. Und ich hab mich so auf. Ich hab mich. Vielen Dank.